Hammer Wasser Rudergerät Water Effect 3D. Könnte sich dieses Rudergerät für zu Hause für dich lohnen oder nicht? Darum soll es in diesem Video gehen. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Rudertraining wird immer beliebter, denn es ist eine Kombination aus Ausdauersport, also Cardiotraining und Krafttraining. Diese Kombination dieser Workout-Arten hast du wirklich sehr, sehr selten. Und deswegen ist das einfach ein sehr, sehr großer Vorteil. Es ist natürlich nicht das allergünstigste Trainingsgerät. Es kostet schon, es ist schon eine Investition in das Homegym. Es ist halt was für Leute, die wissen, was sie wollen. Wenn du jetzt Anfänger in der Fitnesswelt bist, brauchst du vielleicht nicht unbedingt so ein sehr hochwertiges Wasser Rudergerät. Aber wenn du genau weißt, ja, Rudern macht mir Spaß, wirklich diese vielen verschiedenen Muskelgruppen, die du damit gleichzeitig trainieren kannst, das, darauf will ich hinaus, ja, dann kann sich diese Investition natürlich lohnen. Ja, das ist immer die Frage, was du erreichen willst mit deinem Workout. Wir können uns gerne ein paar Produkteigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Perfekte Abwechslung, vier Rudervarianten, Sportrudern mit Auslegerarmen, Rudern Classic, Rückentraining Intensiv und Kaya King. Je abwechslungsreicher die Muskelansprache durch die unterschiedlichen Griffe wird, desto effektiver wird dein Workout. Patentierte Rower Weights. Perfektes Zugehör mit großer Wirkung. Auslauertraining und Muskelaufbau in einem Workout. Durch die zusätzlichen Gewichte am Rudergriff entsteht ein deutlich intensiveres Training. Deine Megaform wartet. V-Form, rückenstark. Liefert ein besonders realistisches Rudergefühl. Kombination Wasserrudergerät mit Auslegerarmen erzeugt eine perfekte Simulation von Rudern in freier Natur. Grundsätzlich, wie bereits gesagt, ein sehr hochwertiges Fitnessgerät, auch nicht die allergünstigste Investition. Würde ich sagen, ist eher was für fortgeschrittene Fitnessfreunde, die genau wissen, was sie wollen, die genau wissen, Rudertraining macht mir Spaß. Ja, in dem Fall ist das einfach eine sehr geniale Angelegenheit. Ob es jetzt für dich das passende Workoutgerät ist oder nicht, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Hammer-Wasserrudergerät Water Effect 3D. Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem nächsten Workout. Alles Gute und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.